EISERN! UNION! EISERN! UNION! UNION, ihr seid einfach die geilsten! Ehrlich Jungs, auch wenn wir gegen PSG und der BVB gegen Chelsea gewonnen hat, ihr seid einfach die größten Macher. Danke euch Leute, das bedeutet uns wirklich sehr sehr viel. Aber Bayer, auch an euch, riesen Glückwunsch. Ihr habt das auch richtig richtig stark gemacht. Deutschland zeigt Europa einfach mal, wie man richtig Fußball spielt. Yes Jungs! Danke, dass ihr an uns geglaubt und uns unterstützt habt. Jungs, wir sind so fucking stolz auf euch!